Rassates war ein sassanidischer Feldherr im 7. Jahrhundert nach Christus. Sein eigentlicher Name war Rochveharn, Rassates wurde er von seinen oströmischen Gegnern genannt. Rassates diente im letzten und größten römisch-persischen Krieg, den der sassanidische Großkönig Chausrau II. 603 begonnen hatte. Die Sassaniden hatten zunächst märchenhafte Erfolge verbuchen können, bis 619 stand der römische Orient unter persischer Kontrolle. Dann jedoch begann 622 die Gegenoffensive des oströmischen Kaisers Herakleos, der tief in persisches Gebiet vordrang und den Perser einige Niederlagen bereitete. Im September 627 marschierte Herakleos mit einem großen Heer von Tiflis nach Süden vor Chausrau II, dessen Geisteszustand unter den Niederlagen gelitten zu haben schien und der seinen Generälen nicht mehr vertraute, sandte Rassates mit seiner Armee aus den Feind aufzuhalten. Chausrau hatte Rassates auch den unglückseligen Befehl erteilt, die Römer jederzeit zu bekämpfen, egal wo er sie fand und ungeachtet etwaiger Konsequenzen. Rassates hatte jedoch die Route des Kaisers falsch eingeschätzt, der schließlich in das Herz des alten Assyriens vordrang. Bei den Ruinen von Ningive kam es Anfang Dezember 627 zu einigen Gefechten. Rassates wollte die Ankunft von Verstärkungen abwarten, doch Herakleos hatte dies von Gefangenen erfahren und handelte rasch. Rassates ging Herakleos schließlich in die Falle, indem er ihm auf eine offene Ebene folgte. Hier kam es am 12. Dezember zur Schlacht. Unsere wenigen Quellen erlauben es nicht, sich ein eindeutiges Bild von den Ereignissen zu machen. Doch scheinen die Oströmer überlegen manövriert zu haben, während die Perser auf die Schlacht unvorbereitet waren. Die Perser erlitten hohe Verluste, auch Rassates fiel in der Schlacht. Der Sieg des Herakleos bei Ningive ebnete diesen den Weg nach Süden und sollte im Nachhinein die Entscheidung im Jahrhunderte andauernden Ringen der beiden spätantiken Großmächte Rom und Persien bedeuten.